Halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut oder reinhört. Tjey Leute, es gibt was Neues zu Dreamworks Dragons Drachenzähmen leicht gemacht und zwar ein neues Sticker Album, eine Sticker Collection mit dem Namen Dragons Die Chroniken. Heute am 4.9.2018 erschienen, dieses Album enthält 32 Innenseiten und Panini schreibt hierzu, die Sticker Collection Dragons Die Chroniken zur erfolgreichen TV Serie von Panini ist da. Das Album zur erfolgreichen TV Serie enthält fantastische Geschichten rund um die Drachenreiter, spannende Abenteuer und neue faszinierende Drachenarten. Die Kollektion ist mit 200 Stickern inklusive 40 Spezialstickern komplett. Das hier ist mittlerweile inzwischen die dritte Sticker Collection von Panini. Das Sticker Album kostet 2,50 Euro. Wenn ihr das nirgends findet, könnt ihr es auch direkt bei Panini bestellen. Eine Stickertüte enthält 5 Bilder und wird 70 Cent kosten. Es gibt auch wieder so ein Display, Dragons Display. Das enthält 50 Tüten, a 5 Stück, 5 mal 50, 250 Stickers. Übrigens kommen hier auch wieder Blister raus mit jeweils 10 Tüten und einem Spezialsticker. Das müsste um die 6,40 Euro kosten. Das einfach kurz für euch, damit ihr Bescheid wisst. Ihr müsstet das Sticker Album also ab sofort bei eurem Zeitschriftenhändler bekommen. Wenn nicht, wie schon gesagt, geht auf die Seite von Panini. Dort könnt ihr es auf jeden Fall bestellen. Und dort habt ihr auch die Möglichkeit, verschiedene Pakete zu diesen Stickers zu bestellen. Es gibt einmal ganz einfach das Dragons Sticker Album für 2,50 Euro. Dann gibt es ganz klar die Dragons Sticker Kollektion Tüte. Kostet 70 Cent pro Stück. Dann gibt es das Dragons Sticker Kollektion Sticker Starter Bundle. Und da kriegt ihr das Sticker Album plus einer Box mit 50 Tüten für 29,99 Euro. Der Dragons Sticker Kollektion Blister mit 10 Tüten und einer Spezialsticker dauert noch ein bisschen. Kriegt ihr dann aber auch in ein paar Tagen für 6,40 Euro. Dann gibt es auch noch das Dragons Sticker Kollektion Schnupper Bundle. Das ist ein Gratis Sticker Album mit 10 Tüten. Das kostet 6,99 Euro. Dann gibt es noch das Dragons Sticker Kollektion Bundle 1. Das heißt, da kriegt ihr ein Gratis Sticker Album plus 20 Tüten. Und selbstverständlich die Dragons Sticker Kollektion Box. Das ist eine Box mit 50 Tüten, A5 Stickers, also 250 Stück. Das alles kriegt ihr bereits im Panini Shop außer dem Dragons Sticker Kollektion Blister. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis ihr das dort bekommt. Auch ich kriege so ein Bundle plus eine Sticker Kollektion Box irgendwann die Tage. Diese Woche, Anfang nächster Woche, ich kann es euch noch nicht sagen. Ich werde es auf jeden Fall auspacken mit euch zusammen anschauen, sobald ich das bekommen habe. Leute, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Sammeln. Viel Spaß mit dem neuen Dragons Sticker Kollektion Album. Mit dem Titel Dreamworks Dragons Die Chroniken. Das Sticker Album ab jetzt erhältlich von Panini. Bis dann, wir sehen uns. Ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.